Die Vatriburger Fanbox für unseren SCP. Ich grüße heute den SC Parabon und meine Schule und ich hoffe, einen großen Erfolg. So, liebe Mannschaft, Fort Twent, ihr wünscht euch alles Gute heute und ich glaube, den Sack machen wir heute zu. Also, durchhalten. Hallo, ich begrüße den SC Parabon. Ich hoffe, wir gewinnen, nicht hoffe, wir gewinnen 100 Prozent. Und ich begrüße meine Tochter aus England, welche guckt gerne Parabon und die ist auch fern von Parabon. Alles Gute für unsere Mannschaft. Daumen hoch. Ich grüße alle Höxteraner und ich hoffe, dass heute Schalke verliert und wir 3-1 gewinnen. Ja, wir grüßen unsere Freunde aus Lichtenau und wünschen der Mannschaft ein tolles Spiel und drei Punkte, dass sie hier bleiben. Jawohl, genau. Also, auf ein super Spiel heute. Nur der SCP. Glück auf.